So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute ein bisschen später, da habe ich doch glatt meinen Wecker nicht wirklich gehört. Also statt morgens um 5 um 8 Uhr diesmal der Shop-Video. Aber ich denke, der eine oder andere wird es immer noch nicht mitbekommen haben. Nämlich die Strand-Ruby ist jetzt im Shop drin. Also ich muss sagen, die Sommer-Skins sehen schon nice aus. Auch wenn alle Skins quasi schon mal da waren. Aber eben halt jetzt als Sommer-Skin, also auch die Ruby, die gefällt mir sowieso schon aus Prinzip. Also die Sommer-Variante sieht auch nice aus, genauso wie die von Midas. Also da haben sie sich echt mal Mühe gegeben, was heißt Mühe gegeben. Aber sie sehen halt nice aus. Dazu noch die Hot-Rot-Hacke. Dann der liebe Stranger, die Tattoo-Hacke. Ah, ist okay. Dann Lace, natürlich mit ihren zwei Stilen. Einmal den dunklen Stil und einmal den hellen. Dann haben wir noch Paradox wieder mit drin. Der war auch schon ein paar Tage mal noch, glaube ich, nicht drin. Dann die gute Allsicht. Man kennt es. Dann Equilibrium. Was auch sonst. So, dann haben wir wieder nach langer Zeit da drin, weil wieder da heißt immer, dass es ein bisschen älter ist, die Kieferknackerin wieder zurück. Okay, aber der Skinn, ja, nee, nicht so ganz meins. Dann haben wir den Piekser. Dann Nachzahn, leckerer Schmatzkleider. Dann die Schmatzleiter, Lackierung. Ja, nicht so ganz meins. So, dann haben wir noch des Weiteren drin, die Sandhaifahrerin. Der E-Namen kam. Sandhaifahrerin. Aber auch der Skinn, nicht meins. Ich mag diese Tauchhaare-Gedönster nicht. Genauso wie Schnorchel-Obs natürlich schon auch nicht. Dann haben wir Hüpflefer wieder mit drin. Die Hypermelone. Signatur-Shuffle. So, fertig. Das war es eigentlich schon. Weil mehr ist heute eigentlich wirklich nicht drin. Denn die anderen Sachen waren ja alle gestern schon bereits im Shop drin. Aber ich kann immer noch das Paket. Nice. Also ich spiele ihn wirklich gern. So, das kennen wir auch alles von gestern noch. Die Pakete ebenfalls alle noch drin geblieben. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code-Einträge tragen. YT-Family-Hack. Oh Gott, man merkt, ich bin auch müde. Also, in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag. Und haut rein.